hallo und herzlich willkommen bei red.gibble ich bin euch wieder auf die jagd nach dem ticket und heute ist uns folgendes spiel in dem weg zero city zombie games für survivors in chile ok ich muss den download machen also ich sag mal bis klar ich habe gerade schnell installiert und zero city da mal schauen was das für ein spiel ist es ist schon mal auf deutsch gut für mich es war ein pvp spielsteller glaube ich gerade jemand hat die musik geklaut ich glaube das ist zu laut ich mach mal das herz bisschen leiser das ist zu leise mach mal ein ticken wieder lauter das ist perfekt auch hier doch hier oh auch hier doch hier oh Das war's für heute. Das war's für heute. Anlegen, Gewehr geben und den hier. Da kriegst du Esser. Mh, eine Machette. Damit keiner Schnitzi Schnitzi machen auf die Zombies. Okay. Vor Ort 14. Okay. Und jetzt... Okay, bestimmt zu Hause drücken. Woher wusste ich das? Ah, der kommt umhin. Wieder ein Angriff. Okay. 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 Oh, mein Spitznamen ist Red Dog. So, bestätigen. Da macht er um Geld. Hm. Oh, da muss ich noch hin. Das auch Geld. Zweimal klicken ist Ransom. Okay. Der Markt. Da war eine 1. Da ist eine grüne 1. Grüne 1. Das ist bestimmt gut. So, was muss ich jetzt hier machen? 2. 2. 3. Für 7 Tage? Ach, kann man erstmal für 3 Tage. 2. 2. Oh, nee. Das kostet Geld. Geld bezahlen mag ich nicht. Hm, jetzt habe ich gar kein Geld mehr, ja? Na doch. 2.000. Hey, du. Warum lachst du? Gratis verbessern. Oh. Oh. Verbessern. Der ist 2 Tage da. Okay. Ah, so viel Geld habe ich nicht. So, dann. Da ist eine 1. Ah, das eine ist oder das andere ist. Oder was anderes. Cent. Okay. Ich gehe mal wieder auf Karte. Ich denke mal, ich muss hier weiter machen. Ein deutscher Schäfer und dort ist der. Okay. Es ist hier eine Antenne. Ich will auf die Antenne drücken. Post. Na. Ähnlichkeiten. Am 27. 8. 2019. Okay. Ich habe so wenig Geld. Warum bin ich immer bei jedem Spiel pleite? Bei Clash of Clans fehlt mir immer Alex hier. Immer was, ja? Immer was bei jedem Spiel. Oh. 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 Das war knapp. Ich brauche Unterstützung. Unterstützung. Warte mal da. Kann ich den da nicht anwählen? Da ist Essen. Öffne. Öffnen. Anlegen. Oh, sie ist Küchen jetzt. Komm, man kriegt auch noch das. Hmm, da oben, gell? Der kriegt... Maschinengewehr? Ah, ok. Wie kriege ich neue Leute? Wie kriege ich neue Leute dazu? Na egal. Das war es erstmal für heute. Und ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe ihr hattet Spaß. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss, tschüss. 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 Tschüss.